Hallo, heute zeige ich euch das Keyboard Riff von Narcotic, mit dem die Band Liquido Ende der 90er einen riesen Hit hatte und das auch heute noch für Coverbands der mega Partykracher ist. Ich habe den Sound selber programmiert und dann abgesampled, so dass ich ihn auf dem Computer in Mainstage verwenden kann. Das hier ist nur ein Controller Keyboard, was Mainstage ansteuert. Auf dem Playback hört ihr dann gleich noch Schlagzeug, Gitarre und Bass. Die habe ich eingespielt, damit wir ein bisschen mehr hören, wie der Song tatsächlich klingt. Okay, los geht's! Okay, und die Rest Riffs sind eigentlich die gleichen. An einer Stelle sind die letzten zwei Noten anders gesetzt vom Rhythmus her, aber das sollte ja kein Problem sein in der Band. Okay, bis demnächst! Ciao!